Ach Mist, jetzt kann man hier wieder nicht rübergucken. Ach, ich find's aber auch blöd. Ich finde es blöd. Ich bin nicht Fan davon. So, so, den hätte ich mir eben sparen können, aber egal. Okay, und dann müssen wir das hier oben leider noch mal abreißen. Jedenfalls diese Seite. Gut, hier lasse ich das mal lieber so oder baue das eventuell... Ja, ich baue das, glaube ich, noch höher. Weil, wenn hier Monster reinkommen, da habe ich jetzt mal so gar keinen Bock drauf. So, und Oli, wie findest du das? Sieht gut aus. Ja, total. Sieht scheiße aus, oder? War das das, was du sagen wolltest? Vielleicht ein Fenster. Ja, ich habe ja noch leider keinen Sand, ha, ha, ha. Sonst hätte ich schon längst, dachte, ich tue mir gerade weh. Ich hätte schon längst Fenster gemacht. Habe ich noch mal so Koppelstun? Was? Ich habe keinen Koppelstun mehr. Na, man bauen uns noch etwas Koppelstun ab. So, jetzt muss ich gleich so sein. Komm. Geht doch. Na, eigentlich nicht, geht doch, wäre schön, wenn hätte ich noch länger geheiratet. Aber, naja, irgendwann wird es für jeden Gegenstand einmal Zeit aufzugeben. Auch für eine Spitzhacke. Aber nicht für irgendwas anderes. Boah. Blödes Huhn. Ich mag dich nicht. Komm, wir machen hier mal so. Ach, reicht eh nicht, war klar. Ihr hofft ihr wusst, ne? Ich hab's gewusst. Nein, natürlich nicht. So. Aber wir brauchen hier noch mehr ein bisschen Stein. Sag erst nicht... Oh, dann müssen wir uns aus Holz noch eine Spitzhacke machen. Und... Oh, nee. Das tut ja richtig in den Augen weh, wenn man das sieht. Dann müssen wir mit einer Holzspitzhacke Stein abbauen. Meine Güte. Wir haben Eisen, das wir brennen können. Kann ja wohl nicht angehen. Da, ich muss auf jeden Fall heute... Today must I aufnehmen. So viel wie blöd, wie möglich ist. Ja, ist aber echt so, weil ich hab null Folgen mehr in petto. Doch, eine. Ein Rollercoaster-Folge. Wow. Eine. Meine Güte. Jetzt bin ich voll getest. Geschockt. Was auch immer. So, ist es denn endlich dunkel, wa? Nee, ich bin nicht endlich dunkel. Kann ja wohl nicht angehen, wa? So. Hier tue ich jetzt mal alles unnützes. Nein. Da, Schiff, ich drücke nicht Steuerung. So, 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 so. Und so. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Ach ja, vielleicht ist ich vorher noch mal ein paar Äpfel. Jam, 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 jam. Okay, das war's. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Hör, komm her, ihr Scheiß-Zombies und anderes Zeugs. Ich will nämlich ein paar Spinnchen haben. Äh, ein bisschen. Ja, Spinnchen will ich auch haben. Warum? Äh, ja, das weiß ich natürlich ganz genau. Und zwar, ich hab keine Ahnung. Ach, unser schöner Ausguck hier. Der ist auch... Ah, da können auch Monster spawnen und dann in mein Haus gehen. Das ist mir auch scheiße. Ach, Mist, dann müssen wir da jetzt noch eine Fackel drin. Ach ja, und hier können die auch einfach reinmarschieren. Das ist ja schön. So, jetzt geht das erstmal schon mal nicht. Und ich hab keine Fackeln dabei. Hilfe! Gleich kommen die Monster und alles ist scheiße. Ähm. Dann... so da und so hier und so dort. Und ich hab mich schon aber da nicht. Ich habe gut vorgesorgt. Oh, komm, was ihr Scheiß-Zücher? Ich will euch sehen. Ich will euch tot sehen. Hallo, könnt ihr mal ein paar Creeper oder sowas bauen? Ich will endlich Creeper oder sowas töten. Das macht so Spaß. Ich hab wohl Herzklopfen. Keine Ahnung, warum. Hallo. Hallo. Kann ich mal was spawnen? Hallo. Hallo. Din, 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 din. Din, 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 din. Ein Skelett. Ein paar Skelette. Komm, dann sind das meine ersten Opfer. Ach, hallo. Hallo Skelett. Ja, willkommen. Willkommen. Ja, also ich bin der Paul. Der Let's Paul X. Und ich mache Let's Plays. Und ich möchte nicht, dass du mich hier vor der ganzen Mannschaft einfach plattmach. Das finde ich nämlich scheiße und das schon wieder ein Skelett. Aber ich duck mich. Siehst du? Ich duck mich. Din, din, din. Ein Spinchen. Yeah, ein Spinchen. Komm, du scheiß Spinchen. Spinchen, komm runter. Gewe, 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 gewe. Ge tot. Danke. So, ach, ein Creeper. Ein Creeper. Hallo Creeperschild. Nein, weh, du gehst hier nicht hoch. Nein, weh. Danke. Oh, ach, Mann, das war nur ein Huhn. Ein Zombie. Och, nee, komm. Da müsste ich aber was Besseres einfallen lassen, KI. Ein Zombie, komm. Das war's jetzt wieder wie. Der Mühle. Da können auch Sachen spawnen. Ja, finde ich aber blöd, wenn da Sachen spawnen. Och, ein Zombie. Hallo, Zombie. Ich denke mal, da ist hinter mir noch einer. Wenn ich mich nicht umdrehe. Das ist grausam. Ich hätte nochmal voll Gehpri. Oh, ein Skelett, ein Skelett. Ey, du scheiß Skelett, geh mal aus meinen Augen. Geh mal aus meinen Augen. Oh, 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 oh. Hallo, Creeper. Boah, lasst mich doch einfach mal in Ruhe, ihr scheiß Zombies. Da ist noch einer. Guten Tag, Herr Zombie. Nein, ein Skelett. Ich mag euch nicht, ihr scheiß Skelette, weil ihr mich immer gegen Zombies schleudert. Und euch mag ich auch nicht, ihr Zombies, weil euer Skelette mich immer gegen euch schleudern. Ich mag einfach keine Monster. Einigen wir uns darauf, dass ich keine Monster mag? Schreibst du in die Kommentare, sag ja oder sag nein. Ich bitte um mein Ja, okay. Was ist eigentlich mehr zu Hause? Oh, die ist so gerade geschnarcht. Oh, hier, Opfer-Zombie. Opfer. Opfer, 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 Opfer. Oh nein, ich hab noch andere Perzen. Ich sollte mal nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Ich will nach Hause gehen. Nein, eigentlich will ich gar nicht nach Hause gehen. Tschüssi. So, ich geh mal pennen. Oh, wir haben Hunger. Ich geh nicht gerne mit Hunger ins Bett. Verbrennt. Hunger, Hunger, so ein Hunger. Ach ja, wir haben ein paar Items bekommen. Ich hatte jetzt keinen Bockrottenflash. Hier ein Gammelflash zu futtern. Oh, lass ihn lecker, 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 lecker. Okay. Spizake? Spizake? Danke, Spizake. Haben wir ein paar... Ach, cool, Schwarzpulver. Jetzt brauchen wir nur Rätstun. Und Knochen, cool. Oh, vier Pfeile. So, wir werden hier mal weiter abbauen und ein bisschen. Noch so voll Depri und andere Sachen von der Nacht. Hm, kennt ihr ja. Bauen wir jetzt mal Stein ab. Oh, ich habe meinen Steinblock bekommen. Jetzt bin ich toll. Er hat keine Ahnung, ob ich labern kann. Hm, 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 hm. Wer mag Tropicraft? Wer mag Tropicraft? Ich finde Tropicraft cool. Ich stehe voll drauf. Bin, finde ich voll der Burner. Finde ich ist die geilste Erfindung des Jahrhunderts. Oh, ein Creeper hat überlebt. Oh, nein. Ein Creeper. Komm, kannst du nicht mal hochgehen, Creeper, ohne mich jetzt bitte zu töten? Oh, naja. Na, gar nicht übel. Danke. Danke, danke, danke. Yep. Thanks. Danke, Creeper. Ist noch irgendwo ein Creeper, den man sprengen kann? Hm. Äh, ja, oben links seht ihr jetzt ein komisches Stuhl-Ding. Nein, also, ich finde keinen Creeper mehr. Wenn irgendjemand einen Creeper gesehen hat, dann erkläre ich mich als dumm. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach, ja, genau. Oh, haha, was wollte ich nochmal tun? Ich wollte mir einen Ofen machen. Itze, Ofen, Ofen. Und warum habe ich mir nicht die zwei gemacht? Ich dumm mal hin. So, hier kommt auf jeden Fall die Küche rein. So, da über meine Holzschlappen. Kann ich das hier schon mal alles wegnehmen. Der ganze Boden wird eh noch aus Holz. Von daher, so, da kommt erstmal der erste Ofen hin. Und da haben wir keine Kohle dabei. So, äh, wo haben wir es da? Eisen und Kohle. Eisen und Kohle. Dankeschön. Hi, Rossi. Dankeschön an irgendwelche Leute. Ha, Holz. Ha, 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 ich habe Holz und du nicht. Ach ja, da stehen ja immer sechs draus. Komm, mach mal 18. Danke, danke, danke. Danke, nein, in die Richtung, danke. So, das gleiche mache ich auch über die Truhe. Ach nee, da geht es ja nur so. Komm, mach mal so. Dann kommt hier die Truhen. Den ganzen Sinn. Oh mein Gott, Oli macht mir Angst. Er atmet so komisch. So. So. Übernatürlich. Äh, du kannst auch gerne wieder ausatmen, wenn du da nix gegen hast. Äh, warum geht das nicht? Oh man. Das finde ich jetzt, ne, das finde ich jetzt scheiße. Weißt du, ey, da mach ich mir so einen Aufwand. Oh, dann sag dir einfach hier so ganz frech so, nö, geht nicht. Hab jetzt keinen Bock drauf. Ey, es geht gar nicht, wisst ihr schon, ne? Hier, das riecht mich voll auf. Hab ich eigentlich jetzt ne... Nein, natürlich bleibt die in der Kiste. Meine Axt. So, natürlich. Ach nee, ich brauch dafür ja eh eine Spitzhacke. Ach, mein Gedächtnis und ich sind nicht sehr gute Freunde. Ja, das stimmt aber wirklich. Ich glaube, ich mach die dann doch nochmal wieder weg. Diese komischen Teile. Und lass da richtig Holz hin. Und das so ein Holz, so ein Holz ist doch schön hier. Klack und klack. Und über zwei Tron. So, so sieht gut aus, oder? Hm, Olli? Ja. Ja. Hättest du was anderes gesagt? Ich hab hier schon Messer unter die Kehle gehalten. So, äh, wenn du es nicht sagst, es gut aussieht, dann passiert bestimmt irgendwas Schlimmes, hoffentlich jedenfalls. Dann passiert, ähm, äh, was passiert denn eigentlich? So, Facken, 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 da sind die Facken, Facken, da sind die Facken, 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 F cool ich hab fast kein Platz mehr aber dafür haben wir die Truhen ach ja stimmt jetzt kann ich das ja nicht öffnen wegen diesem scheiß Teil wer hat die da hingebaut er soll getötet werden was ach aber die können ja noch gut auf meiner Umfang sind was mache ich denn hierhin komm dann mach ich dann mach ich hier Holzblöcke hin was Mann heute habe ich echt nicht mit dieser Minecraft Steuerung so und so dann machen wir so und so so